Hey, ich bin Marcel und arbeite der Telekom im Außendienst. Kennst du schon die persönliche Installation? Ein Rundum-Service unserer Profis, die die komplette Einrichtung deiner Endgeräte vornehmen. Kompetent und einfach. Dein Router und bis zu vier weitere Endgeräte werden bei dir zu Hause eingerichtet. Natürlich bringen wir dein Internet, dein WLAN sowie auch Magenta TV ans Laufen. Eine Einweisung in die Funktionsweise der Geräte ist natürlich auch inklusive. Und das Beste, wir kommen sogar am Samstag zu dir. Wir kümmern uns um alles und du lehnst dich entspannt zurück. Wir gehen erst, wenn alles funktioniert. Und solltest du zwischendurch Fragen haben, klären mir diese selbstverständlich direkt. Den kostenpflichtigen Service kannst du über den QR-Code oder diesen Link beauftragen. Viel Spaß und lass mir gerne eine Bewertung da. Ich gehe zu unserem nächsten Kunden. Tschüss!